Jetzt ab Stuttgart nach Barcelona. Matthias, schon nervös, oder? Ja, ja, klar. Wird ein krasses Wochenende. Gestern noch Paris und jetzt nach Barcelona. Barca, Real und Girona. Wir freuen uns drauf. Los geht's. So, jetzt haben wir uns im Hotel frisch gemacht. Starten Punkt 5 Uhr nach Girona ins Montelivi. Sind ungefähr um kurz nach 6 da. Sind 100 Kilometer hier von Barcelona. Wir freuen uns total drauf. Das erste Mal dort und ich glaube auch, das ist der erste Stadionvlog aus Deutschland. vom FC Girona. La Liga live. Girona, los geht's. So, und jetzt kommen wir auch rechtzeitig an in Girona. Eine Universitätsstadt an der Costa Brava gelegen. Ich freue mich so drauf. Ich wollte schon immer zum Spiel, seit Jahren ernsthaft. Wird mega. So, jetzt sind wir angekommen in Girona hier. Das ist schon recht ländlich hier. Hier geht's zum Stadion. Danke, unser Fahrer war top. Muchas gracias, ciao, adios. Und hier hinten könnt ihr es schon sehen. Wunderschön in der Idylle gelegen. Das Stadion von Girona. Wahnsinn. Sind wir am Stadion angekommen. Hier außen gibt's Gräb, Bier, Sandwiches, tolle Bar. Wunderschönes Wetter. Ist absolut toll, oder? Absolut, ein Traum. Hier richtig toll. Stadion, Spiel, Atmosphäre jetzt hier auf Sauber. Nehmen wir alles mit. Wir sind schon recht früh gekommen. Echt schön gemacht. Und schauen wir nachher rein ins Stadion. Jetzt werden wir erstmal was essen. Und eine Cola oder so trinken. Oh, da hinten gibt's Kastanien. Sind das nicht Kastanien? Das ist Kastanien. Aber da müssen wir mal vorbeischauen. Cool. Hier schön von der Holzkohle. Süßkartoffeln und geröstete Kastanien. Wahnsinn. Kriegst du auch nicht an jedem Stadion hier in Girona? Kriegst du das? Echt klasse. Super. Jetzt haben wir uns die Kastanien geholt. Das kriegst du halt würdig. Ich glaube nicht überall im Stadion noch von der Holzkohle. So schön hier. Kastanien, sehr lecker. Hier kann man nur Fußball spielen. Ja. Fan-Stand, Street-Foot-Wägen. Wahnsinn. Und wir gehen nachher nochmal rein, was es da noch so gibt. Aber hier außen ist es richtig familiäre Atmosphäre. Ja, hier möglich. Wir werden auch viele ehrenamtlich mithelfen. Das hat hier echt so eine ganz heimelige Atmosphäre. Also richtig schön. Und da drüben ist das Stadion. Oder ein Teil davon. Und da gehen wir nachher rein. Also ich freue mich riesig auf das Spiel hier beim FC Girona. Jetzt geht's los. Hier vorm Stadion eine Runde gegen Matti. Und ich habe die Kamera noch in der Hand. Das wird schwer. Ja. Oh, komm. Oh, ich hab den Ball. Und? Oh, verschmeide ihn. Oh, der Ball ist weg. Oh, Matthias. Ich glaube, wir schauen lieber zu, oder? Komm, wir gehen raus. Lassen wir die Kinder weiterspielen. Wir lassen die Kinder weitermachen. Wie immer Shopping-Time hier im offiziellen Fanshop. Schauen wir mal rein, was es hier Tolles gibt. Ich glaube, ich lasse mir heute mal hier ein Trikot raus. Wow, Trikots. In alle Größen. Matthias, such mir mal ein Trikot, bitte. Für dich? Ja, ne, ich glaube, es ist zu klein. Boodies. Ja, da finden wir auf jeden Fall wieder was. Schauen wir mal, was es gibt hier. Pantoffeln, der Winter kommt. Geil gefüttert. Ja. Bitte lass es heute mit dem Spielen. Danke. Schauen wir mal weiter. So, im Fanshop gab es jetzt einen Schal. Mittlerweile gibt es ja auch einen DJ, der Stimmung macht. Das ist so eine Volksfest-Atmosphäre. Und ich würde sagen, ich habe jetzt richtig Bock auf ein Boccadillo mit Jamon für 5,50. Das haue ich mir jetzt mal eins rein. Hola. Ja, super. Zwei Boccadillos für 11 Euro, das geht hier mit geim spanischen Schinken. Ich probiere es jetzt gleich mal, wie es schmeckt. Ich probiere es jetzt gleich mal, wie es schmeckt. Oh, das probiere ich auch mal. Und? Mh. Lecker. Mh. Fantastisch. Mh. Mega. Unfeuerlich. Wir wollen ja weniger Bierwerbung machen, aber hier Estrella-Bier. Hier kriegst du ein Bier. Ja, ein großes Bier für 2,90 Euro. Also das kriegst du in der Bundesliga nicht. Wahnsinn. Und hier ist der Hund vom FC Girona. Ein wunderschöner Hund mit Trikot. Girona, der erste haustürfreundliche Klub der Welt. Ganz süß hier, gell? Hallo. Ja, bist du lieb. Gell? Alles Gute dir. Ciao. Hier vor dem Stadion in Girona. Riesenstimmung. Mit DJ kennen wir dich in der Bundesliga. Tolle Stimmung vor dem Spiel. Ein richtig geiler Gastgeber hier in Girona. Wahnsinn. Geil. Ja gut gestärkt jetzt hier mit Kastanien, Chamonche, iberischen und leckeren Getränken gehen wir jetzt rein ins Stadion. Das erste Mal hier in Girona beim La Liga Spiel. Ich freue mich unwahrscheinlich drauf und denke wir haben auch echt gute Plätze. Let's go! Was natürlich nicht fehlen hier. Das Maskottchen vom FC Girona. Und gutes Match. Danke dir. Ja und das Fanfest hier vor dem Stadion fützt immer mehr. Kurz vor Spielbeginn. Gehen wir nochmal dran vorbei. Und dann geht's rein hier ins Montelivi Stadion. Und dann 13.500 passen hier rein. Wir freuen uns total drauf. Jetzt sind wir ins Stadion hier reingekommen. Fantastisch. Tolle Sicherheitskontrolle. Und es gab ein bisschen Diskussion mit der Kamera. Aber wir sind jetzt vernetzt hier mit dem Influencer vom FC Girona. Tolles Stadion. Zum Beifall machen. Und da haben wir auch schon Material. Super Stadion hier. Tolle Atmosphäre. Es fühlt sich langsam. Und wir gehen hier jetzt auf unseren Platz. Ich freue mich tierisch. Jetzt sind wir ganz nah dran an der Überraschungsmannschaft der La Liga. 24 Tore geschossen. Mega offensive. Bisher erst eine Niederlage gegen Real Madrid. Und im Moment punktgleich auf Tabellenplatz 2 mit Real. Und jetzt wird mal klein nass. Stadion leckere Snacks. Burger, Lom und Potifara. Das ist ja hier bekannt dafür. Das hauen wir uns jetzt mal richtig rein. Lecker. So jetzt haben wir wieder Hunger. Ich habe mir hier Lom geholt. Matthias. Eine leckere Burst. Ich glaube du weißt wie sie heißt. Potifara. Und das ist auch hier in der Region bekannt in Katalonien bei Girona. Jetzt machen wir mal einen Essenscheck hier. Schmeckt es uns? Mhhh. Ich glaube ich dachte. Cool oder? Cool. Mal reis. Mal reis. War es gelbentig? Wir kochen wor. Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Mal reis. Selta macht sich jetzt auch warm, Tabellen 18er und Girona, wie schon gesagt, mit sehr vielen Toren, sind aber hinten auch anfällig. Also eigentlich ist das Spiel ein Garant für viele Tore. Ich tippe mal auf 4 zu 0 für Girona. Schauen wir, was passiert. Matthias, das ist dein Tipp. Mein Tipp, 3 zu 2 für Girona. Egal was, Hauptsache wir sehen hier viele Tore, wir freuen uns total drauf. Gleich geht's los. Ja, und jetzt kurz vor dem Spiel die Mannschaftsausstellung. Und eine kleine Choreo zum Start. Alles muss wachsen. Sportlich läuft es hier super, stimmungsmäßig auch. Ganz, das ist eine Bombenstimmung hier. Heute, oh, oh, was geht jetzt los? Strom Live Show. Cool. 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 Cool! Also die Hymne üben wir noch, ich kann sie leider noch nicht. Aber sie ist sehr eindricksam. So, Licht geht wieder an und jetzt geht's los. Hoffen wir auf viele Tore. Let's go! Weiter geht's. Fast das erste Tor für Cirona und nochmal Eckball. Darf in keinem Stadion fehlen oder wechseln Gesang. Kennen sie auch die Atmosphäre in Cirona. Jetzt kommt's ab. Rot! Nächste Chance. Au! Ey! Tirona! 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 Mati, wie ist deine Stimmungseinschätzung hier? Cirona! Tirona! 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 Yeah? Ja? Gute Stimmung. Stimmung wird angenehm und ist gut. Jetzt fällt man im Tor, so ein bisschen... Aber das wird kommen, es waren jetzt noch ganz viele Unterbrechungen Vielleicht kommt's auch gleich ... das wär doch schön. Auf geht's, über, oh, jetzt, gute Bewegung, schöner Ball, ah, weiter geht's, heiß, jetzt mal hier, kurz vor der Halbzeit, Vigo, oh nee, oh, fast das 0 zu 1 aus dem Nichts. 5 Konzert zur Halbzeit, die Zuschauer sind nicht zufrieden im Ciri, ja, aber ein paar Chancen da für Girona, 1-2 für Selda Vigo, schauen wir mal, was in der zweiten Hälfte passiert. Die erste Halbzeit war gut, Tore fehlen, jetzt hofft man in der zweiten Halbzeit, dass es nochmal richtig abgeht, dass Tore fallen und dass auch die Stimmung nochmal deutlich nach oben geht. Girona! Kommt jetzt das 1 zu 0, ah, ja, ja, ah, fast, oh, oh, fast das 1 zu 0, wunderbar gespielt, ah, macht doch das 1 zu 0. Eins kann man auf jeden Fall sagen, das ganze Spiel über hier, Spitzenstimmung in Girona, es fesselt total, Wahnsinn hier, die Fans gehen sowas von mit. Hey, Vorteil, 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 auf geht's, guter Ball, und mach's ein, oh, mach das doch rein, so frei, oh nee, schade, weiter geht's. Zur nächste Ecke hier, viele Ecke schon wünschen, Girona, jetzt kommt das 1 zu 0. Was, aha, kommt sie ab? Oh, knapp vorbei. Schön abwechelt das, auf! Oh, ich hab gedacht, das ist ein Spiel! Ich hab gedacht, er geht rein, oh nee, auf jetzt kommt! Ja! Oh! Ah ja! Foul! Stadion geht. Alle wollen bis 1 zu 0. Jetzt hoffen wir mal, dass hier noch ein Tor fällt. Bombenstimmung hier. Auch viele Chancen wird es nicht mehr geben. Spielaufbau. Wir hoffen jetzt auf den Lucky Punch für Corona. Ein Tor will ich mitnehmen hier. Und die... Ah! Jetzt muss mal ein weiter Ball kommen. Einfach weit vorne rein. 5 Minuten Nachspielzeit. Auf, bis es ein weiter Ball kommt. Schön! Schön! Ja! 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 Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Super Stimmung hier in Montenegro. 1-0 Sieg. 1 in Spanien, unfassbar vor 13.500 Fans in diesem elektrisierenden Hexenkäß mit Pirola. Sensationell. 1 in Spanien. 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 3 in Spanien. Wahnsinn! Und wir gehen jetzt raus, suchen uns ein Taxi und dann geht's ab nach Barcelona und fit werden fürs Klassikomorgen. Jetzt gehen wir hier raus von der Tribüne. Jetzt hoffe ich, dass wir ein Taxi kriegen. Es ist doch ein bisschen abgelegen, hier das Stadion nahe zu Girona. Aber Girona ist jetzt keine Weltstadt, es ist eine schöne große Stadt, aber nicht allzu groß. Tolles Stadion, zeige ich euch nochmal hier, wie es leer aussieht. Wir haben jetzt schon 20, 30 Minuten nach Spiel gewartet, bis sich das Stadion geleert hat. Die Fans haben gefeiert. Jetzt gehen wir von Girona nach Hause. Ab nach Barcelona. Schön war's. Tschüss Montelivi. Das war nicht das erste Mal. Ja doch, es war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal. Bitte verzeiht mir, es war so spektakulär. Jetzt geht's raus. Ciao. Ja, da haben wir nicht ganz so gut geplant. Jetzt sind wir draußen am Stadion, ein bisschen im Wohngebiet und im Grün gelegen. Hier gibt's kein Taxi und nichts. Das heißt, 15 Minuten Fußweg in die Stadt. Und um die Uhrzeit, jetzt haben wir kurz vor Mitternacht, fährt halt kein Zug mehr nach Barcelona. Uber gibt's hier jetzt um die Uhrzeit gerade auch keinen mehr. Wir schauen, wie wir jetzt nach Barcelona kommen. Notfalls nehmen wir ein Taxi. Ja, wir werden irgendwie heimkommen. Wir sind schon ein bisschen K.O. Die Woche ist schon viel unterwegs, aber wir kommen irgendwie nach Barcelona. Also, bis später. Boah, komplett K.O. sind wir jetzt hier am Hotel Sofia angekommen. Der nette Taxifahrer hat uns gefahren. Hat uns auch nicht gescammt. Also wirklich fair abgerechnet. Vielen Dank dafür. Taxi in Barcelona, absolut safe. Hotel Sofia, wir sind echt müde. Es ist mittlerweile ein Uhr. Jetzt haja, fit werden. Wir sehen uns bald wieder in einer neuen Folge. Und die lautet Barça gegen Real. Gute Nacht zusammen. Bis bald. Ciao.